Moin Leute, willkommen zu dem Video. Es gibt noch mal einen kleinen Teaser zu dem Live-Event am 4. Juni in 22 Uhr, also übermorgen. Und let's go. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus, finde ich. Ich bin mega gehypt, seid ihr es auch? Schreibt mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann übermorgen, 22 Uhr beim Live-Event. Und ciao.